Seit wann bist du in der Schweiz? Seit 13 Jahren. Und du trägst diesen Kopftuch, das ist für dich normal? Ja, ja, ich trage ganz normal. Weisst du, das kommt von Glauben auch, das ist nicht einfach. Wie fühlst du dich mit dieser Initiative, weisst du, so einfach als Mensch, als Frau? Ja, wir finden Probleme hier, in der Schweiz, weil viele, die alten Leute akzeptieren, nicht das Kopftuch. Und das stört uns im Bus oder im Supermarkt oder in der Straße. Manchmal gibt es einige Leute falsche Wortsagen. Manchmal gibt es auch gute Leute, nicht zu sprechen, nur zu schauen. Und das, wie ich sage, von uns etwas stört. Wir glauben im Kopftuch, wir glauben in unser Buch, was er geschrieben hat. Und das machen wir wegen Gott. Das ist ein Glauben. Und ich finde das Freiheit, warum diese Leute so stören uns. Brücke, ich trage nicht und ich sage, muss nicht. Aber Kopftuch. Das ist ganz normal. Kopftuch muss die Leute akzeptieren, was wir glauben. Und auf diesem Buch. Das ist ganz normal. Wisconsin-B gracium.